Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Der Herr der Ringe Erster Teil Die Gefährten Von J. R. R. Tolkien Aus dem Englischen von Wolfgang Krege Gelesen von Achim Höppner Prolog über Hobbits Dieses Buch handelt zum großen Teil von Hobbits. Und der Leser erfährt daraus viel über ihre Wesensart und ein wenig auch über ihre Geschichte. Weitere Angaben sind in dem Auszug aus dem Roten Buch der Westmark zu finden, der schon unter dem Titel Der Hobbit veröffentlicht wurde. Diese Erzählung gab die ersten Kapitel des Roten Buches wieder, die Bilbo selbst verfasst hatte. Der erste Hobbit, der in aller Welt berühmt wurde. Er nannte das Buch Hin und Zurück, weil es von seiner Fahrt in den Osten und seiner Rückkehr handelte, Einem Abenteuer, durch das später alle Hobbits in die hierzu berichtenden großen Ereignisse jenes Zeitalters verwickelt wurden. Viele Leser werden aber gleich zu Beginn noch mehr über dieses bemerkenswerte Volk wissen wollen, zumal manche vielleicht das frühere Buch gar nicht besitzen. Für sie seien hier einige wichtigere Erkenntnisse der Hobbitkunde zusammengestellt und das erste Abenteuer kurz wiedergegeben.